Was geht ab hier auf eurem Videos Kanal About Gaming und wir zocken wieder Rainbow Six Siege. Und mit mir dabei ist der Justus. Benno! Und wir zocken... Bombe. Junge. Bombe. Junge. Präsenten für die Tür. Und noch 7 Meter? Die haben es doch nicht verdient. Okay, Justus guckt nebenher. Ich sag's auch immer wieder gerne. Was guckst du Justus? Und sie erwärmt! Ja! Handball. Europa Meister. Aber dann könnte ich ja besser treffen. Okay, nein. Könnte ich nicht. Aber gefühlt schon. Wer Justus kennt... Ja, wir haben recht viele Rekruten dabei. Geil. Und ich kenn Justus sehr gut. Der weiß, dass er gerade aktiv auf seinem Stuhl mitmacht. Ich so, ich so, ich so. Swaggen ist. 20 Minuten, wir führen. 4 gegen 5... Ne, 5 gegen 5 mit 2... Geil. Recruit, Recruit. Hashtag beschissen. Wir müssen eine Bombe aufschwiren. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Dreck in der Tür. Nein, wir fahren den Tag. Unten, oder wo? Ja. Dann muss ich da leider erstmal hinfahren. Ja, falscher Raum. Hä? Wie kommt man da hin? Nein, ich bin runtergefallen. Deswegen konnte ich nicht hochfahren. Ich wollte mich nicht hochfahren. Ich wollte mich nicht hochfahren. Was ist denn so? Oh, du Idiot, Alter. Sag's doch einfach. Sagst du eigentlich das Hirschwanzgericht. Du warst aber eigentlich schon da. Jetzt musst du ja weiterfahren. Links, bitte. Links. Geradeaus. Geradeaus. Hinten durch. Dann U-Turn. Jetzt U-Turn. Jetzt U-Turn. What? Ich weiß wo du es ist. Hahahaha Ua 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 Oh lass mich vorgehen Sprengladung wird angepasst. Wir werden mal was probieren. Sprengladung passiert. Die kannst du nicht aufmachen, oder? Nein, die kannst du nicht aufmachen. Das sind solche Cheater-Gänge. Das ist ja widerlich. Es sind Dinge bei uns hier, der die kaputt machen kann. Elektronischen Geräte. Firmheit? Ich spüre das ja, der Firmheit. Die Wand ist unter Strom. Deswegen kann ich das nicht anlegen. Achso, nee. Ich könnte auch nicht, oder? Nee. Ja, dann gehe ich mal nach oben und spreng durch oben ein Loch rein. Ja, ich bleib mal hier und deck mal hier so ein bisschen ab. Auf die Seite kann ja keiner kommen. Aber hier... Kann der eine mal sich bewegen? Nee, der ist afghaner, oder? Der hat ja eben schon wieder zu Schule gespielt. Auf jeden Fall klasse. Ah, das war die tot. Äh, für dich steht da genau so'n, dieses... Wie heißt der nochmal? So'n, so'n Gerät, diese Waffe, wo er sich wieder hinterstellen kann. wo er sich wieder hinterstellen kann. Dann weiß ich, wo er jetzt steht, warte mal hin. Ja, die sind ein bisschen aggressiv hier. Ich kann da nicht einfach runterdrauben. Hau mal die Wand auf! Hau mal die Wand auf! Ja, warte! Ah, Mann! Da bräuchte ich Hilfe! Der hat mich die ganze Zeit von der Seite eingeschossen. Ja, ich hab mich so gut. Na, fuck, Mann, ey! Egal, Justus regelt das jetzt, liebe Leute. Da ist auch nochmal, ne? Egal, mit seinem Pimmler zu den erschossen. Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Ja, dann lockst du mal los! Ja, der wurde zermotscht. Ja, Mann, ey! Da muss doch mein Team da nicht sterben! Die können doch alles abcampen! Ich kann nicht verstehen, wie man da sterben kann! Echt nicht! Kann ich nicht verstehen! Kommt mir auch nicht! Der eine ist die ganze Zeit auf Kali, dieser Hurenbock! Wie kann man da sterben? Geht für mich nicht! Geht für mich einfach nicht! Kann man doch abcampen! Mann, was ist das überhaupt für einer, dass der nur gekroutet? Da hat er angefangen. Oder? Willst du der Wisser? Ich kann dir an die angucken. Ich auch nicht, deswegen... Den Bereich sichern! Die Bomben weiterschützen! Wir haben keinen, der Westen hat, ne? Ich bin jetzt schon beschossen. Ja, weil da eine Drohne ist. Der versucht, die Drohne zu treffen. Geil ist das. Wirklich? Du hast mich gerade angeschossen? Ich habe es doch gar nicht gemacht! Ein anderer! Da stand doch gerade. Können die Schuhe hat sich angeschossen. Nein! Könnt er nicht! 5 Sekunden noch! 5 Sekunden noch! Stand halten! Scheiße, Lava! Das war ja nicht mehr! Hey, hey! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Das war ja nicht mehr! Oh Mann, wir schauen uns nach einer Karte zu sehen! Oh Mann, ich sehe ihn weg. Oh Mann, ok. ach scheiße ich sollte nicht mehr markieren sind auf jeden fall schon im flugzeug drinne war ja auch klar bei dir oben ja einer konnte verstecken die gegner haben eine bombe lokalisiert ja es ist drastisch Kamera zerfetzt so schnell was soll man denn da machen der wurde die ganze zeit auf den geschossen wird nicht geschnallt oh man oh man oh man ist hier wieder los hier ist eure drohne ja 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 Die Drohne ist bereit für den Einsatz. Benutze Drohne. Die Bombe wurde lokalisiert. Die Drohne ist bereit. Über uns oder hinten nebenan? Über uns. Unter uns. Der ist hier vorne irgendwo gestorben. Da wo wir eben verloren haben. Hä? Boah, ich hab den nicht gesehen. Ich krieg auch keinen Schuss mit. Das Kotlin ist so anders spielen. Ey, was ist denn hier los, Alter? Boah, Kotlin ist gerade an. Und der ist wieder auf K. Du musst ja auch Tab drücken, ja. Eigener Druck getötet. Ja, das war doch ein schönes Spiel. Ja, ich muss mich auch mal kurz mal abreagieren. Ja, liebe Leute, mal wieder Kacke gewesen. Wir bedanken uns doch trotzdem recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Und gebt diesem Video einen Daumen hoch. Haltet uns damit auf. Und ich würde sagen, abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Und... Und... ... ...